Ja, freut mich, dass Sie so zahlreiche Regionen sind. Mein Name ist schon genannt worden, der Tino Kirchhoff, ich komme von der Compass Security, möchte mich Ihnen kurz vorstellen, damit Sie sehen, hier steht nicht irgendein Anruberhacker, sondern ein Mensch. Neben Arbeit in der IT-Sicherheit habe ich die IT-Sicherheit auch schon seit vielen Jahren als Hobby, habe mich immer gerne mit Rechnern beschäftigt, aber wie gesagt, ich bin nicht nur ein Picker, der vor dem Rechner sitzt im dunklen Keller, ich habe auch noch eine Familie, ich habe noch andere Hobbys, man kann mich also auch gelegentlich mal so ergeben. Keine Angst, ich sing Ihnen heute nichts vor, dafür brauche ich ein bisschen Verstärkung und ein paar Leute dazu, die mir helfen, den richtigen Ton zu finden. Also soviel zu mir. Kurz zur Compass Security, ich finde, wir machen dort eine der schönsten Sachen, die ich mir beruflich vorstellen kann, wir fahren IT-Systeme gegen die Wand. Das heißt, wie in der Automobilindustrie machen wir Crash-Tests mit IT-Systemen, wir versuchen Schwachstellen zu finden, bevor andere sie finden und versuchen zu helfen, zu vermeiden, die Systeme zu verbessern, sodass dann eben kein Schaden entstehen kann. Was ich Ihnen heute mitgebracht habe, unter der Überschrift Lifehacking a Reality Check, ist so ein kleiner Ausflug in das, was in der medialen Welt in den letzten Jahren zum Thema Hacking veröffentlicht wurde. Blackout als Roman, Blackhead als Einfilm, UMI als Einzweiter und aus dem Spiele-Genre, da haben wir das Spiel Watch Dogs und wir werden uns heute mal anschauen, was in diesen Spielen so ein Hacking dargestellt wird, wie das umgesetzt wurde und ob da irgendetwas reales dabei ist. Ich fange mal ganz klassisch an, Literatur, wer liest heute noch Bücher, also wer hat Blackout gelesen, ich, heute mehr als gestern, gibt es glaube ich inzwischen auch als Hörbuch für die, die nicht mehr lesen können, also da auch die Möglichkeit zu partizipieren, ansonsten erzähle ich Ihnen jetzt kurz ein bisschen was darüber, der Mark Elsberg hat für diesen Roman viel Recherchearbeit betrieben, wenn Sie ihn mal live erleben können, erzählt er auch gerne darüber, was er so alles bei seinen Recherchen erlebt hat, ist auf jeden Fall ein gut recherchiertes Buch. Eines der Angriffsziele sind dort Embedded Prices, wir werden gleich sehen, in welcher Form, SCADA-Systeme, also Industriesteuerungen werden dort angegriffen, es gibt aber auch physische Attacken, das heißt, da wird gerne mal ein Strommast angesägt oder ein Unschweinberg geht in Flammen auf, damit wir eben sicherstellen, dass der Stromausfall auch von längerer Dauer ist und man einfach ordentlich was erreicht, also Blackout noch wirklich eintritt. Am Ende, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, stellt sich heraus, das Ganze ist eine klassische Insider-Attacke, also jemand, der schon vorher an den Technologien beteiligt war, hat hier sein Wissen ausgenutzt und die Systeme angegriffen. Der Protagonist des Romans ist ein italienischer Hacker, was hat er davon und was passiert ihm? Er hat jede Menge Ärger, zunächst mal mit den Strafverfolgungsbehörden, und wenn, wie das so ist, wenn man was rausfindet, gerade in der IT-Sicherheit und man geht her und sagt, ich habe da was gefunden, ich könnte euch jetzt helfen, hier ein Problem zu beseitigen, man hatte dafür vorher keinen Auftrag, dann sagen die Leute, ja, wenn du das rausgefunden hast, dann können wir ja gar nicht wissen, ob du das nicht auch selber ausgenutzt hast. Bestimmt bist du der böse Bube, der hier irgendwelchen Mist gebaut hat und jetzt willst du nur straffrei gehen? Also die Strafverfolger jagen den Protagonisten erst mal, weil sie denken, der ist schuld, in Wirklichkeit ist es nicht. Und dann natürlich jede Menge Probleme, auch durch den Stromausfall, stellen Sie sich vor, über Wochen fällt in Europa der Strom aus, die Auswirkungen werden sehr plakativ beschrieben. Aus meiner Sicht ist der Roman eine fantastische Umsetzung, eine lesbare Umsetzung der dazugehörigen Studie unserer Ministerien. Also es gibt tatsächlich eine Studie, was passiert bei einem Stromausfall, wie verletzlich ist die digitale Gesellschaft. Und auf Basis dieser Studie ist ganz viel von diesem Roman entstanden. Nein, vergebbar, Versporn. Von daher wollen wir mal in die Richtung gehen. Das Angriffsziel im Roman sind Smart-Meter. In Deutschland noch nicht so sehr verbreitet, in Italien viel mehr, da gibt es viel mehr Probleme mit Leuten, die Strom klauen. Deswegen haben die Stromlieferanten gesagt, das müssen wir besser kontrollieren können und haben Smart-Meter eingeführt. Auch in der Schweiz gibt es Bestrebungen, Smart-Meter einzuführen. Hier hat ein Kollege von mir in der Schweiz mal das dort eingesetzte System auf Basis des Wireless-M-Bus-Protokolls analysiert, hat bei seinen Analysen Schwachstellen gefunden, hat das 2013 in den USA in Las Vegas auf der Blackhead-Konferenz präsentieren dürfen, hat seine Masterarbeit darüber geschrieben und er konnte nachweisen, dass dieses Protokoll ermöglicht, Smart-Meter zu manipulieren und zwar nicht nur, indem man irgendwie über das Stromnetz drauf zugreift. Hier ist es noch viel schlimmer, es ist ein drahtloses Protokoll. Man könnte im Prinzip mit dem Auto durch die Straße fahren und die Smart-Meter einer ganzen Siedlung angreifen, so Stück und Stück die Häuser grügel schalten. Ob das dann zu einem globalen oder europaweiten Strohaustfall führen wird, sei mal dahingestellt, aber die Eindrucksmöglichkeiten sind da. Noch viel schlimmer, wir bauen uns solche Fallen auch selber und hier möchte ich Ihnen die ersten Dinge live zeigen. Das wichtigste und komplizierteste Hacker-Tool, das man sich vorstellen kann, man braucht jahrelange Erfahrung, um es nutzen zu können, Google. Was kann man mit Google alles anstellen? Natürlich, man kann Informationen im Internet finden und wir haben die schöne Situation, dass heutzutage Haustechniksteuerungen auch gerne mit dem Internet verbunden werden, um einfach die Haustechnik zu Hause, das Smart-Home fernsteuern zu können. Die sind ja alle bequem, man möchte das also gerne von unterwegs nochmal die Heizung anschalten können oder vielleicht kontrollieren, ob noch der Fernseher noch die Rollheben oben sind oder sonst was. und solche Systeme lassen sich dann auf einfache Art und Weise im Internet finden und das kann dann so aussehen, dass man eben dort eine Heizungssteuerung sieht und das ist jetzt nicht weiter schlimm. Da sehen wir also von der Solaranlage den aktuellen Strom- bzw. aktuelle Wärmebilanz. Ich muss mal hier kurz mein Netzwerk umstellen, damit das besser funktioniert. Und da sehen wir also aktuelle Werte, wie die Heizung gerade funktioniert irgendwo in der Schweiz, wo wir Glück hätten, hätten wir auch wirklich aktuelle Werte und hätten Sonne. Schlimmer wird es dann, wenn man über diese Schnittstellen auch Dinge steuern kann. Der hat das noch halbwegs richtig gemacht, eine Alarmanlagensteuerung. Man kann also hier Alarme ein- und ausschalten. Die Frage, macht das überhaupt noch Sinn, so eine Alarmanlage? Gut, sie ist hier geschützt. Man muss sich also irgendwie anmelden, um sie hier putzen zu können. Das Dumme ist nur, auch solche IT-Systeme, solche Haustechniksteuerungen können angreifbar sein. Wir haben das in einem Kundenprojekt festgestellt, wir haben das untersucht. Und da springe ich nochmal kurz in die Präsentation zurück. Im letzten Jahr gingen zwei Schwachstellen sehr prominent durch die Presse. Wir haben heute die schöne Situation, dass Schwachstellen auch schon mit Logos versehen werden, also Marketing-Maßnahmen für IT-Schwachstellen. Finde ich eine ganz tolle Sache. Wir haben also schöne Logos, wie das Herz für Hartley. und die Muschel mit dem Blitz dran für Shellshock. Zwei Schwachstellen, von denen wir auch Vertreter in die Haustechniksteuerung gefunden haben. Und eine davon, nämlich Shellshock, möchte ich Ihnen jetzt praktisch näher bringen. Natürlich kann ich jetzt nicht irgendwo bei jemandem den Strom ausschalten. Das wäre ein bisschen gemein. Ich habe also hier eine Demo-Anlage, ein Demo-System mitgebracht, wo wir das Gleiche nachgestellt haben. Wir haben also hier eine Ritter in der Maschine, die angreifbar ist. Und wir haben hier unseren Angreifer. Da können Sie dann vielleicht gleich was lesen. Und erstmal, bevor ich das Ding angreife oder bevor ich Ihnen das auf der Shell-Basis zeige, kurz mit dem Webbrowser draufgeguckt, meine virtuelle Maschine, die kompliziert werden wir noch nicht. Ja, also meine Webseite ist nicht besonders schön gestaltet. Das könnte man jetzt natürlich noch hübscher machen. Man könnte da Bunte-Weder einbauen, könnte hier wirklich eine Techniksteuerung simulieren. Hier haben wir jetzt einfach mal so ein angreifbares Skript auf der Maschine. Basis des Ganzen sind sogenannte CGI-Skripte. Das ist klassische Webentwicklung. Diese Systeme sind teilweise relativ alt. Also die Entwicklungsleistung, die da reingegangen ist, ist schon vor fünf oder zehn Jahren gemacht worden. Damals hat man eben nicht nur PHP oder Java oder sowas gearbeitet, sondern man hat auf Kommandozeilen-Ebene sozusagen Skripte geschrieben und damit Webseiten gebaut. Und das ist eben bei der Shell-Shot genau das, was man angreifen kann. Also wollen wir jetzt hier einen Angriff auf diese Webseite starten. Und das geht relativ einfach. Jeder Webbrowser schickt ja seine Identifikation, was bin ich für einen Browser, mit über das Internet, damit die Seiten passend zusammengebaut und dargestellt werden, damit man eben auf dem Smartphone ein kleineres Bild kriegt, die Besonderheiten vom Internet-Explorer ausgelöst werden können und ähnliches. Und genau diese Information werde ich jetzt manipulieren und hier einfach mal etwas eintragen, was da normalerweise wiederhängt wird. Und wenn ich diese Information jetzt an die Seite schicke, sehen Sie, dass ich plötzlich nicht mehr die Webseite, die ursprüngliche, angezeigt bekomme, sondern eine Datei vom System. Und das ist wirklich die Benutzernamen- und Passwortdatei, die auf dem System hinterlegt ist. Damit könnte ich mich jetzt wieder auf die normale Webseite begeben, mich am System anmelden und meinen Angriff fortführen, der vorher durch den Benutzernamen- und Passwortschutz logiert wurde. Das heißt also hier, gerade bei den Embedded-Geräten, die viele Jahre im Einsatz sind, haben wir das Problem, dass die nicht regelmäßig Updates erfahren, wenn Schwachstellen gefunden werden, sind die auch nach Jahren teilweise noch vorhanden und die Systeme können angegriffen werden. Also an der Stelle schon ein bisschen die Realität dahinter. Gehen wir in moderneren, hat den Black Hat als Film gesehen im Kino. Ja, das entspricht der Statistik innerhalb von den letzten Tagen, also einer. Und er guckt auch nicht besonders glücklich, so ging mir das auch, als ich aus dem Film rauskam. Also meine persönliche Meinung, das haben die Besucherzahlen wiedergespiegelt, das ist kein besonders toller Film, lohnt sich nicht, muss man ihn sehen. Warum? Es werden klar Hacking-Sachen gezeigt, mehr oder weniger realistisch. Im Zentrum steht einmal das RAT, das Remote Access Tool, mit dem dort Systeme angegriffen werden und ganz am Anfang des Films schon mal gleich ein Atomkraftwerk in die Luft gejagt wird, wo man sich fragt, ob es nicht noch ein bisschen auffälliger gegangen wäre. Das Tool wird damit entdeckt, die Forensiker kommen zum Einsatz, analysieren das, finden im Maschinencode direkt Kommentarzeilen, hier dran muss ich nochmal arbeiten, habe ich in einem kompulierten Programm auch noch nicht gesehen. Hilft natürlich, wenn da Kommentare drinstehen, das Reverse Engineering ein bisschen leichter zu machen. Das einzig Realistische, was ich in dem Film finden konnte, war das Thema Social Engineering. Klar, Schauspieler sind geborene Social Engineers, die können sich verschnellen, natürlich kann man sowas mit Schauspielern wunderbar darstellen. Ziel des Angriffs an dieser Stelle ist eine Bank. Stellen Sie sich vor, Sie möchten in das Datennetz einer Bank eindringen. Das ist sicherlich von außen gut geschützt, die Banken haben da Angst davor, dass sie angegriffen werden könnten, also ergreifen die auch entsprechende Maßnahmen. Nehmen wir uns also gleich die Schwachstelle Mensch. Im Film in der Szene fährt die junge, attraktive Hauptdarstellerin mit dem Taxi los, hat ein Packung Papier in der Hand, den hält sie aus dem Fenster, hat eine Tasse Kaffee in der Hand, hält sie auch aus dem Fenster, kippt das Ganze da drüber, fährt gefrühte 20 Minuten in dem Film mit dem Taxi durch die Ehen, bis sie bei der Bank ankommt, lässt das noch ein bisschen trocknen, damit sie ihr weißes Kleid nicht beschmutzt, und kommt dann an den Empfangstresen und sagt, mir ist was ganz Blödes passiert, ich habe einen total wichtigen Termin, aber meine Unterlagen sind jetzt total versaut, ich habe da meinen Kaffee drüber gekippt, können Sie mir bitte helfen? Und was macht so ein netter Wachmann vorne am Empfang, wenn da eine attraktive junge Dame steht? und sagt, natürlich kann ich da helfen, ich darf das zwar eigentlich nicht, habe da Anweisungen, aber ich höre schon Anweisungen, also ich mache das einfach mal, und das Ganze möchte ich Ihnen jetzt auch live demonstrieren, was dann passiert. Dafür habe ich hier ein Windows-System, das noch nicht ganz läuft, gut, also dafür habe ich ein angreifbares Windows-System, ich habe mir mal ein Windows-8.1 ein aktuelles genommen, Kollegen von Kaspersen, wir sind weg, dann kann ich sagen, ich habe auch kein Antivirus drauf, das ist das Einzige, was ich gemacht habe, aber keine Sorge, man könnte den Virenschutz mit entsprechendem Aufwand, und falls auch untergehen, wenn man einen gezielten Angriff machen möchte. Der Virenschutz fängt einem eben die Standard-Viren weg, aber nicht, wenn jemand speziell ein Programm entwickelt, um ein Ziel erzugreifen. Neben dem angreifbaren System brauche ich natürlich auch noch einen Angreifer, und der sieht so aus, dafür habe ich hier eine weitere virtuelle Maschine mit einem Kani-Linux, also einer durchaus gängigen Software, um eben Systeme zu testen. Das Schöne an der Software ist, dass ich hier alle Tools schon praktisch vorinstalliert habe. Der Angreifer bereitet sein System vor, indem er hier ein entsprechendes Empfangsmodul startet, also SSH als verschlüsselte Kommandozeile und Datenübertragungsprotokoll nutzt. Jetzt habe ich mal den Finger vorbereitet. Mein angreifbares System, wie gesagt, ein relativ aktuelles Windows 8.1, nur kein Virenschutz drauf. Jetzt kommt der Punkt, wo wir den USB-Stick zum Einsatz bringen. Die virtuelle Maschine möchte natürlich noch wissen, wo sie hier verbinden soll. Und das ist mein angreifbares Windows-System. Und jetzt sehen Sie, dass ich weit weg von meinem Rechner stehe. Das USB-Grupp wird identifiziert. Wir haben eine Speicherkase, ein USB-Stick, wie man kennt. Aber es passieren eben auch noch andere Dinge. Ohne, dass ich irgendwas mache, auch meine Fernbedienung, habe ich da hinten liegen lassen. Wie von Geisterhand werden hier Kommandos eingegeben. Auf dem Rechner passiert etwas. Jetzt werden Sie sagen, wenn ich davor sitze, sehe ich das. Klar, ich kann das aber auch verstecken. Dann würden Sie nur jetzt nichts sehen. Das wäre ein bisschen langweilig. Gut, es ist irgendwas passiert. Und was ist passiert? Die Datei, die Sie mich hier vorhin haben löschen sehen, ist wieder aufgetaucht. Und was ist da drin? Mimikatz ist ein Tool, das auf Windows-Systemen in der Registry alle Benutzernamen und Kennworte ausliest. Also in dem Fall Kennwort Hashes. Verschlüsselte Kennworte. Aber das haben wir bei dem Vorredner schon gehört. Die kann man heute mit relativ wenig Aufwand in der Cloud knacken lassen. Und dann hat man eben auch die Klartext-Kennworte und kann hier eben weiter in das System der Bank vordringen, Geld überweisen und dann geht es dem Film halt lustig weiter. Und zwar mit jeder Menge Explosionen. Da fliegt einem alles Mögliche um die Ohren, aber das macht den Film kein Deut besser. Also Blackhead muss man sich nicht unbedingt angucken. Der USB-Stick, den ich hier eingesetzt habe, ist ein spezieller USB-Stick. Kann man für 35 Dollar im Internet ersteigern. Hat eine Speicherkarte drin und ein bisschen zusätzliche Hardware. Könnte man erkennen, wie man den auseinanderbaut. Aber letztes Jahr hat der Carsten Null auf der Blackhead 2014 gezeigt, man muss da keine spezielle Hardware für bauen. Band-USB kann man einfach auch so herstellen. Man kann also einen USB-Stick im Mediamarkt kaufen und den dort integrierten Mikrocontroller des USB-Sticks hochprogrammieren. Dann macht er genau das Gleiche, was ich eben gezeigt habe, mit einem normalen USB-Stick. Oder wir können das in Mäusen, Tastaturen, dem Werbegeschenk, Ventilator, für den Sommer oder sonst was, was man an den USB-Port anschließen kann, verstecken und solche Angriffe ausführen. Also, das ist schön, wenn man hier auf der Zähne ganz viele USB-Geräte geschenkt kriegt, als Werbegeschenk. Man sollte sich überlegen, ob man die wirklich an seinen Rechner heranlassen möchte und ob man demjenigen vertraut, der einem das geschenkt hat. Noch ein Film. Auch den, ich habe ihn gesehen, wer noch? Das sind heute nicht so viele wie gestern. Deutsche Produktion hat man immer ein bisschen Sorgen, dass das nichts taugt. Aber den Film kann ich echt empfehlen. Der ist wesentlich besser gemacht, auch wenn da viel künstlerische Freiheit drin ist. Hacker treiben sich in Darknetz rum und ob Darknetz im wirklichen Leben so aussehen wie U-Bahnen, also ich glaube das nicht so ganz. Ich habe das jedenfalls noch nirgends gesehen, aber vielleicht bin ich in den falschen Darknetz unterwegs. Taktivism wird thematisiert, das heißt also Angriffe auf Computersysteme aus politischen Gründen zur Durchsetzung von politischen Zielen. Wir haben Trojaner in dem Film und wir haben einen Lock-WLAN-Accesspoint, also das, was gerade mein Vorredner auch schon gesagt hat. Im Park gibt es plötzlich WLAN. Wo kommt das her? Der Evil Twin, der böse Zwilling von dem WLAN-Accesspoint, den ich normalerweise nutze, der taucht dann irgendwo auf und dann ist kein System mehr sicher. Ich kriege ja einen gewischt. Das möchte ich Ihnen jetzt auch live zeigen, und dann kommen wir nochmal wieder zu unserem Angreifer-System zurück. Das ist jetzt gerade zu jästlich. Kommen wir zu unserem Angreifer zurück und starten hier eben auch die entsprechenden Tools beziehungsweise starten unsere Netzwerkverbindung mit unserem Accesspoint. Und das Schöne an dem Accesspoint, den ich hier habe, ist natürlich der formschöne Aufkleber, also Wi-Fi Pineapple heißt das ganze Ding. Auch das kann man fertig so im Internet für 90 Dollar kaufen. Man kann auch andere Accesspoints selber umbauen. Dieses Teil hat den Vorteil, dass es mit einer verständlichen und gut zeigbaren Bedienoberfläche kommt. Das heißt also, hier haben wir unsere Wi-Fi Pineapple. An der können wir uns anmelden. Ich weiß nicht, wer sich mal diese langen Passworte ausdenkt. Und haben also eine formschöne Bedienoberfläche für einen WLAN-Accesspoint. Ich würde sagen, das sieht ein bisschen anders aus als bei mir zu Hause. Ja klar, wir haben ja hier auch spezielle Werkzeuge drauf. Und das Werkzeug, was ich Ihnen zeigen möchte, ist die Karma-Attacke. Und wenn wir das jetzt mal starten, dann haben wir gerade noch nichts, aber meistens nach wenigen Sekunden die ersten Smartphones, die in anderer Leute Taschen stecken, die sich dann mit meinem Gerät verbinden. Das heißt also, wir müssen jetzt nur eine Weile warten. Claudias iPad ist Claudia hier unter uns. Ne, dann steht sie vielleicht irgendwo hinter uns am Messestand. Keine Ahnung. Also wenn wir das jetzt eine Weile weitermachen, dann werden das immer mehr Geräte werden. Und wir sehen eben, wie die Geräte heißen und mit welchem Netz sie sich verbunden haben. Denn mein Accesspoint ist total freundlich, egal welches Netz Ihr Telefon gerade sucht. Ich habe es. Also, das ist ganz fantastisch. Komfortfunktion, wenn man nach Hause kommt, soll sich das Telefon ja mit dem Einnetz verbinden. und ich bringe Ihr Heimnetz mit hierher. Neben den Geräten, die sich dort verbinden, können wir natürlich hier auch... Entschuldigung. Neben den Geräten, die sich hier angemeldet haben, können wir auch sehen, wo diese Geräte sich denn sonst noch angemeldet haben. Das heißt, die gesamte Liste der Accesspoints, mit denen Ihr Gerät jemals verbunden wurde, sammelt sich jetzt so langsam hier bei mir in dem Accesspoint. Wir können jetzt hergehen und gucken, wo das Grand Café Rouge liegt. Und könnten dann eben versuchen, Bewegungsprofile herzustellen. Und ich sehe selber, ich habe mich auch wieder selber erwischt, sehr schön, ich war letzte Woche in der Junckerberg-Wandlitz. Da können wir uns vorstellen, das ist irgendwo außerhalb der Dienst. Auch dort gibt es ein Accesspoint. Ich sollte also mal lernen, mein Telefon auch entsprechend zu sichern. Ich habe nicht vergessen, das WLAN vorher auszuspielen. Das ist wirklich der einzige Schutz vor diesem Angriff. Schalten Sie das WLAN ab, wenn Sie es nicht gerade aktiv nutzen. Das ist ja alles noch nicht so schlimm. Bewegungsprofile will man ja gar nicht von jedem haben. Spannender wird es dann eben, wenn ich an die Daten komme, die übertragen werden. Und zum Smartphone, wenn es sich mit dem Netz verbinden kann, fängt halt an, Kalender zu synchronisieren, E-Mails abzurufen. Das alles natürlich passwortgeschützt. Das heißt, es werden die Passworte, die Nutzernamen brav über meinen Accesspoint übertragen. und das kann ich mitlesen. Dafür gibt es auch für verschlüsselte Verbindungen Gegenmittel. SSL-Strip ist ein Tool, das erstmal ein falsches SSL-Zertifikat vorspielt oder versucht, SSL-Verbindungen auf anderen Wegen zu umgehen und dann eben in die Datenübertragung, auch wenn sie eigentlich verschlüsselt sein sollte, reinschauen kann. Das heißt, also da komme ich auch an Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort und dann kann ich von dort eben weiterarbeiten und Ihre digitale Identität übernehmen. Wie das Ganze funktioniert, habe ich nebenbei schon ein bisschen erzählt. Das heißt also, das Telefon sucht nach Anschluss, freut sich, dass es Anschluss findet und beginnt dann eben unter Daten zu übertragen, eben selbstständig nach den Ihnen bekannten Netzwerken suchen und Kontakt aufnehmen möchten und unser Access Point eben immer schön Ja dazu sagt. Im Film wurde darüber an zwei Stellen schöne Angriffe umgesetzt. Zum einen ein Angriff auf eine rechtsradikale Partei, wo dann in die Videopräsentation ein lustiges Video eingespielt wurde auf laufender Bühne. Ich hoffe immer, das passiert mir hier nicht. Und zum anderen wird darüber natürlich auch noch der BRD angegriffen. Auch dort über Social Engineering wird zum Access Point in die Kartine geschmuggelt, unter den Tisch gekriegt. Sie sehen, meiner hat auch zwei Antennen. Mit dem einen bauen wir das Netz auf, wo wir alle einfangen, mit dem anderen reden wir selber und können dann eben auch, ohne dass wir Kabel dran haben, von außerhalb des Gebäudes auf die Daten zugreifen, gegen den Access Point vorhanden sind. Letztes Beispiel, anderes Medium, Watch Dogs. Wer kennt das Spiel Watch Dogs? Ja, noch einige. Was ist das Interessante an Watch Dogs, außer dass da auch wieder der Protagonist ein Hacker ist? Natürlich die ganzen Angriffsziele. Wir versetzen uns ein paar Jahre in die Zukunft. Die Stadt Chicago hat alles vernetzt. Es gibt das CityOS, alle Systeme sind miteinander verbunden. Webcams, Ampeln, Züge, Mitwürger, also Daten, Bankdaten, alle Informationen über die Mitwürger sind vorhanden, werden laufend übertragen und all das kann man dann eben als Spieler in diesem Spiel angreifen. Das ist jetzt eher unrealistisch in der Umsetzung, wie das im Spiel mit dem Hacking funktioniert, aber einfach ein schönes Beispiel dafür, was es an Werkzeugen so gibt, die man einsetzen kann. Ich bin ja jetzt hier vorhin schon mit viel Aufbauaufwand aufgetreten und es hat eine Weile gedauert, bis alles lief. Der Hacker in dem Spiel hat ein Smartphone, er hat auch noch eine Pistole in der anderen Hand, aber egal, er hat also ein Smartphone und dort drauf hat er HITE, also eine Mobile App auf dem Smartphone, mit der er die ganzen Angriffe durchführen kann. und Hacken ist halt die Waffe oder eine Waffe in dem Spiel. Und tatsächlich sind wir gar nicht so weit weg davon. Für Smartphones gibt es auch entsprechende Software und ich zeige Ihnen das jetzt mal schnurgebunden, weil das mit dem WLAN auf der Messe manchmal so ein bisschen Glückssache ist. Ich habe hier auf diesem Smartphone, das ist ein ganz normales Nexus 5, wie man es einfach so kaufen kann, eine spezielle Software installiert, kann man auch frei im Internet runterladen und damit habe ich alle Tools, die ich vorhin hier auf dem Laptop gezeigt habe, auch hier auf meinem Telefon. Das heißt, ich kann alle Angriffe, die ich mit dem Laptop machen kann, auch bequem machen, indem ich mich im Kaffee in die Ecke setze, und dann, ohne dass Sie es wirklich direkt bemerken würden, Sie angreifen oder die Leute, die in einem Kaffee sitzen, ich kann damit auch so einen Evil-Trill-Access-Point aufbauen, also alle Möglichkeiten, die ich hier mit dem großen Gerät habe, kann ich heutzutage viel kleiner rein viel kleiner haben und mobil nutzen. Wie das Ganze aussieht, möchte ich jetzt noch mal an einem letzten Beispiel zeigen, hier nutze ich wieder mein angreifbares Windows-System, wenn es denn noch läuft, ist es noch da, wunderbar, und unseren Angreifer kennen wir auch schon, dieses Mal startet er ein anderes Tool, und zwar das Metasport-Framework ist eine Werkzeug-Sammlung, mit der man bekannte, veröffentlichte Schwachstellen von Systemen ausnutzen kann. Außerdem dient es mir an dieser Stelle eben auch wieder als Empfänger und jetzt ist es was geworden, jetzt haben wir also unseren Angreifer hier vorbereitet mit das Blood-Framework, wie gesagt, die Tools-Sammlung, wir nutzen das im Benetration-Testing eben zur Prüfung von Systemen, ob die ordentlich gepatcht sind, ob die bekannten Schwachstellen, die schon ausgenutzt werden können, noch vorhanden sind, wir wollen ja nicht jedes Mal alles neu entwickeln, macht das Testen einfach schneller und einfacher, von daher ein sehr schönes Werkzeug, und der Angriff, den ich Ihnen jetzt zeigen möchte, sieht ähnlich aus als das, was ich vorhin mit dem USB-Stick getan habe, man sieht es, ich stecke am USB-Port, wem ist das schon mal passiert, dass der Akku vom Telefon blöderweise leer war, gerade hier so auf der Messe, passiert ständig, dann läuft man durch die Gegend und sagt, kann mir mal jemand Strom geben? Irgendwo findet man bestimmt jemanden, der freundlicherweise sagt, ein Netzteil habe ich nicht, aber hier so ein USB-Port am Rechner, den kannst du benutzen, Kabel habe ich auch dabei, stecke einfach mal ran. Ich werde wahrscheinlich nie wieder auf irgendwelchen Messen von irgendeinem Strom bekommen, weil ich jetzt zeige, was man dann tun kann, wenn man eben an den Rechner verbunden ist, kann man hier mit wenigen Tipps auf das Touchpad einen Angriff ausführen und auch hier wieder Kommandos eingeben. Der Angriff funktioniert ein bisschen anders als der, den ich vorhin gezeigt habe. Der Unterschied ist, dass wir hier rein speicherbasiert arbeiten. Das heißt, wir starten PowerShell, laden von dem Angreifersystem noch ein bisschen was nach und haben nur im Speicher des Rechners jetzt unseren Chartcode. Der landet nie auf der Festplatte, das heißt, die meisten Gern-Scanner haben ein Problem, den überhaupt zu erkennen, weil die ja normalerweise Dateien durchscannen und nicht sehen, was jetzt einfach im Betriebssystem und Speicher passiert. Und wenn wir das jetzt richtig gemacht haben, dann haben wir jetzt hier eine Verbindung bekommen. Es wurde eine sogenannte Güterprünter-Session gestartet und jetzt gucke ich mal auf die Kurve in der Zeit liegen, ich muss mich ein bisschen dran halten. Dann machen wir die Kurzfassung. Ich verbinde mich mal mit dem Rechner das heißt, ich bin jetzt als Angreifer mit dem System verbunden, kann hier eine ganz normale Rundungskommandozeile aufrufen, kann in das Dateisystem reingucken, in das Verzeichnis und wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit hätten, könnte ich Ihnen zeigen, was mit diesem Tool noch alles möglich ist. Also, das war jetzt eine Stufe zu gut. was kann man noch machen? Man kann zum Beispiel die Webcam, das Mikrofon und was sonst noch so an dem Rechner dranhängt, alles auch fernsteuern, das heißt, ich könnte jetzt als Angreifer Fotos schießen oder eben in den Raum reinhören und abhören, was dort gerade passiert. das war eben so ein bisschen das Bonusmaterial, nämlich das Schweizer Taschenmesser Metasploit, das hier zum Einsatz gekommen ist, ein sehr mächtiges Tool, mit dem man relativ viel tun kann. Ich wollte Ihnen mit dieser Demonstration jetzt nicht gut machen, das selber zu Hause auszuprobieren, sondern ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen, dass man sich beim Umgang mit Rechnern vorsehen sollte. Viele von den Sachen, die ich Ihnen gezeigt habe, hätte man eine Antivirenlösung verhindern können, manche Sachen nicht. Schwachstellen, die unbekannt sind, von denen kann sich keiner schützen. Wenn Sie Ihre Systeme aber wenigstens redermäßig updaten, dann hätte ich das mit meinem Metasploit-Fanwatch schon wieder schwer gehabt, das sind eben alles bekannte Schwachstellen, für die in der Regel auch schon die entsprechenden Betriebssystem-Updates vorhanden sind, die Sie davor schützen würden. Also daten Sie Ihre Systeme ab. Wenn Sie jetzt trotzdem sagen, Sie haben Spaß an der ganzen Sache und sind ein junger Mensch zwischen 14 und 30 Jahren, Schüler oder Student, gucken Sie mal auf die Webseite von der Cyber Security Challenge. Das ist ein Wettbewerb, den wir für das Bundeswirtschaftsministerium durchführen. Kaiser ist da auch mitbeteiligt und dort kann man eben als junges IT-Sicherheitstalent seine Stärken beweisen und zeigen, dass man was kann, sei es Ihnen und ähnliches und dann viel Spaß haben. Das war's von meiner Seite. Zeit für Fragen haben wir nicht mehr wirklich, genau. Nur am Rande, ich muss auch reingrätschen, jetzt sind wir durch. Genau. Sie haben ja auch früher anfangen dürfen. Herzlichen Dank, Jan-Tierre Kirchhoff und Kropfers. Wir müssen einen fliegenden Wechsel weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020